Willkommen zum Autoversicherungswechsel EXTREM. Im Europa-Park, wie schnell und einfach man seine Autoversicherung über Check24 wechseln kann. Wir testen uns selbst. Und wo könnte man das besser als im Silver Star, Deutschlands schnellster Achterpark. Los geht's! Ja, viel Spaß! Danke, ich mach's jetzt. Höchste Ersparnis, schnellster Versicherungswechsel. Ich hab die App offen. Los geht's! Huiuiuiuiuiui! Da scroll ich mal schnell. Eieieiei! Schneid ich mal schnell runter. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Natürlich, ich hab sonst nichts vor. Einmal hier gucken noch. Das sieht doch alles richtig gut aus. Hui! Das würde ich gerne so übernehmen. Jetzt beantragen gerne. Huiuiuiui! Aber richtig günstig. So günstig ist das. Der Antrag wird bearbeitet. Wird geladen. Okay, noch Zusatzleistung. Wieso nicht? Bum! Huiuiuiuiui! Hier klicke ich immer weg. Das Leben ist zu kurz, um AGBs zu lesen. Ui! Bitte haben Sie einen Moment geklaut. Vielen Dank, Ihr Antrag ist erfolgreich eingegangen. Ich fasse es nicht. Das gibt es doch gar nicht, da steht es. Soeben abgeschlossen. Das ist Deutschlands schnellster Versicherungswechsel. Dave ist wieder da und wir wollen direkt wissen, hat es geklappt? Es hat geklappt. Das heißt, Autoversicherung wechseln, Check24. Jetzt will ich immer noch das Foto sehen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns das mal ab. Hallo zusammen. Guten Tag. Dann wollen wir mal gucken. Wo ist es? Ah, guck mal hier. Und so wechselt man die Versicherung am schnellsten. Hier ist dein Foto. Dankeschön.